Ja, liebe YouTube-Freunde, was passiert heute wieder einmal in der Froh Wies? Heute? Tja, wie soll ich das sagen? Kerzenlicht überall? Nein, wir haben noch nicht Weihnachten. Wir haben etwas anderes. Wir haben den Orkan Joachim. Und was macht der Orkan Joachim? Nicht so gute Idee. Der knallt uns irgendein Baum auf die Leitung. Und kein Strom ist mehr. Man sieht natürlich absolut rein gar nichts jetzt. Es ist stockfinster. Aber vielleicht hört man etwas, wie der Sturm noch am Wüten ist. Es ist jedoch so, die ärgsten Windböen sind durch. Aber wie schon gesagt, Stromausfall. Und jetzt? Tja, wirten wir. Die Gäste sind am Jassen im Kerzenschein. Es geht auch. Es ist irgendwie noch eine heimelige Stimmung. Aber trotzdem komisch. Und einmal mehr. Man sieht, die Natur ist stärker als alles andere. Und es macht Eindruck, wie die Natur wirkt. Und wir nehmen an, es kommt jetzt wieder Strom. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss.